Hallo liebe Leute, hier spricht Yannick. Ich hatte vor kurzem die große Ehre mit Conan Gray zu sprechen. Das ist ein ziemlich junger Popkünstler aus den USA, der momentan mit seinen Songs alles abreißt und ich glaube sogar Taylor Swift ist Fan von ihm. Ich habe mit ihm über seine neue Single Overdrive gesprochen und natürlich darüber, was der Song für ihn bedeutet, was er mit der einen oder anderen Zeile meint. Und über das Video haben wir auch gesprochen, weil es ist sehr unterhaltsam und versprüht einfach eine sehr positive Energie, wie ich finde. Schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an. Außerdem habe ich mit ihm über ein ganz wichtiges Thema gesprochen und zwar Gilmore Girls, weil wir beide riesengroße Gilmore Girls Fans sind und die Serie einfach sehr wholesome ist und uns ein gutes Gefühl gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Tschüss! Was ist der Song? Der Song ist um zu verlieren, zu verlieren und zu leben und zu leben und zu leben und zu leben und zu leben, wie du es gerne möchtest. Ich bin eine sehr schade Person. Natürlich bin ich sehr, sehr schade von allem und so Overdrive ist meine Fantasie, was meine Leben sein würde, wenn ich nicht so schade von leben wäre. Ich sehe, ich sehe. Ich sehe. Ich habe die Lyrics, aber ich habe eine Frage über das Wort. Was bedeutet das, was ich nicht so schade von, ich weiß, ich weiß nicht, was ich nicht so schade von, ich weiß. Ich habe immer so schade von dem, was könnte passieren. Ich habe immer so schade von der Zukunft. Aber diese Tage, ich denke, wir wirklich nicht mehr haben, dass wir das Leben nicht mehr leben können. Und diese Tage, ich bin nicht so schade von all die schade, die könnten passieren. Und ich denke, ich denke, ich bin ein sehr guter Gefühl, auch wenn sie gut oder gut sind. Ich habe die Video gefallen, auch. Danke. Es war sehr spannend. Danke. Was war die Idee behind it? Ja, ich denke, die Video ist kind of based off of dieses Ding, das ich sehr oft mache. Ich bin mega-Romantic über alles. Ich romantische alles, was passiert. So, oftmals in public, ich bin walkingen, oder ich bin an der Grocery-Store, oder ich bin an der Koffie-Shop. Und ich habe einen schönen, oder aussehen, oder aussehen, oder aussehen, oder aussehen, wie ein cooles Outfit auf. Und all of a sudden, in einem Moment, ich bin ein bisschen in der Zeit, ich bin imagining mein entire life mit dem. Ich bin imagining all die adventures we'd go on, und was our house would look like, und was our kids would look like. Und all diese alternate realities, diese kind of daydreams. Und so, the music video is all a daydream. In the video, I see someone, und ich start imagining. Und so, ja, das ist was die Video ist inspiriert bei. Ich habe noch eine Frage für Sie. Jetzt kommen wir zu der main Sache, eigentlich. Was ist, wer ist Ihr favorite Gilmour girl? Oh, how dare you ask? I had to. My favorite Gilmour girl has got to be Rory Gilmour. Rory? Yeah, I just love her so much. I think it's a little narcissistic of me to say that I love her so much, because I feel like I am her. I am very, you know, I just, I'm a good boy. I just read and I work really hard in school and things. So, I, yeah. Are you Team Logan or Team Jesse or Team Dean, for that matter? You know what? You know what? When I first watched the show, I was Team Dean. I think because I was younger and I didn't really see the faults in Dean. I was like, well, Dean's so nice. But, um, I think everyone knows that Jess and Rory are perfect together. I think it's Jess. I'm thinking these days I'm Team Jess. Because Jess is, you know, they have the right chemistry. They have the same interests. And, you know, even though they're a little toxic in the beginning, I think ultimately they were, they were good for each other. I hate people that say Team Logan. I just hate them. I hate Logan in general. Yeah, Logan suck. What's your favorite character of Gilmour girls in general? Weirdly, I really love, I mean, not weirdly, I really love Luke. Luke is just so, I mean, he's actually, he's a really good guy. He was like there for Rory growing up and he was a good, he was a good man. I think we all need good male role models in TV and he was a good male role model. And what's your favorite episode if you have one? Oh, gosh, 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 gosh. Oh, that's really hard. Oh, you know what's such a good episode? Is the, the dance marathon episode. When she, when Rory breaks up. Well, I mean, I don't want to give any spoilers. Yeah, we'll cut those, we'll cut those. Yeah, yeah. Dance marathon episodes, really good episodes. How has life treated you this year? I mean, 2021 has been quite similar to 2020, I think for all of us. And so I feel the same, I've been reading, I've been watching movies and watching shows and I don't really do things. My social life is very boring. I have like same small group of friends, you know, I, I've definitely have lived a very quiet life the past two years. I mean, the past year, I mean, it might be two years if we don't all start staying inside some more. But yeah, it's been, I've been good and I've been just kind of, you know, I've been staying home. Can you tell us any plans, can you tell us something about any plans of yours? I mean, I hope, I hope that I can release some more music in the next year. I'm really excited to release some music and I'm, I think that's the main, my main goal. I think we can't really do much other than listen to music. So. And is there anything planned that you can, that you can say that you're working on right now? I don't think there's anything I'm allowed to say right now, but I think people can definitely keep their, their eyes open for some overdrive stuff for sure. Um, and, and hopefully some more music in the next few months. Thanks for the interview. Thank you. This was so much fun. I'm so glad I got to talk about Gilmore Girls.